Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Tag It. Ja, ich brauche hier, habe ich festgestellt, auf alle Fälle noch Gold Pipes, aber vorerst sollten wir auf alle Fälle den Rest noch irgendwo einsortieren. Ich hätte jetzt sowieso gesagt, wir nehmen uns hier mal die Schilder raus, die brauchen wir sowieso. Und ich gucke mal, inwieweit wir da noch Platz haben. So, hier ist noch leer. Ach ja, da habe ich ja derweil die Marble Cover Strips rein. Essen und Seeds, okay. Weil wir gerade bei Essen sind. Ich sollte mal was essen. So, die ist leer. Ich glaube, die Steaks waren hier irgendwo, aber natürlich. So, rück mal raus das Steak. So, dumm, 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 hier rein. Okay, was haben wir denn? Genau, was ich jetzt mal machen könnte, ich könnte diese Kiste nehmen. Könnte ich hier alles rausnehmen. Oder ist sogar noch Chicken drin. Um zum einen mal diesen komischen Eisenhelm hier zu vernichten. Möchte doch keiner haben. Wieso wurde da aus dem Eisenhelm Sand? Genauso wie ich eigentlich die Stone Wafer weg machen kann. Ach so, da kommt Sand an wegen Curry und so. Ich verstehe schon. Die kann ich nicht. Wir hatten noch hier eine Werkzeugkiste. Zum einen kann man da den Iron Furnace mit reinschmeißen. Und eigentlich kann man da die Warfer auch mit reinschmeißen. Und wenn ich es mir genau überlege, könnten wir hier später auch eine Diamond Chest hinstellen. Um da ein bisschen mehr Platz zu haben. So, was ich noch machen kann. Vorerst noch ein bisschen was mit rausnehmen. Das hier und das hier und das hier. Das auch. Blümchen. Hatten wir nicht schon irgendwo Blümchen einsortiert? Ich glaube ja mal schon. So. Blümchen. Normalerweise. Ne, die Farbe noch nicht. Aber Redstone. Chicken. Blablabla. Essen. Feder. Iron Nuggets. Komm. Das geht wieder nicht. Äh, ja. Mhm. Äh, ist gut. So. Aber das Spinnenauge brauchen wir im Moment nicht. Kohle brauchen wir im Moment nicht. Genauso wenig eigentlich wie die Pipes. Dann das hier, das hier, das hier, das hier. Die Wolle. Genau. Für die Wolle brauchen wir auch noch was. Und hier haben wir auch noch so viel Zeug drin. Moment mal. Die Dinger habe ich... Nein, ich muss mal kurz hier. Na. Die zwei Schilder brauche ich im Moment nicht. Dann kann ich... Oh Gott. Ich bin so froh, wenn ich hier fertig bin mit dem Ganzen. So, das kann hier noch rein. Dann, komm. Eine, äh... Aber die Stone Eggs brauchen wir nicht mehr. Wir sind hier am Server. Und da habe ich im Moment eh keinen Timber Mod nicht drauf. Komm, die Erde. Was will ich hier mit der Erde? Okay. So. Eier müssen wir schon irgendwo drin haben. Ähm. Haben wir die Marble Bricks nicht auch schon irgendwo? Ach, keine Ahnung. Saplings. Mhm. Saplings, da könnten wir eine Kiste machen mit den Stufen und sowas. So, erst mal die ganzen Bricks hier reinschmeißen. Beziehungsweise diese kleinen Dinger. Eine Pressure Plate. Ach komm, die kommt da auch mit rein. Dann habe ich hier noch kurz einen Schalter gesehen. Dann mal kurz den Sack hier aufmachen. Die Pipes. Das hier und das hier. ist einfach alles zu voll. Das ist, äh, ja. Noch irgendwas vergessen? Ne. So, da habe ich noch eine Stone-Kathode. Ist, ist. Ich weiß, für euch ist das doch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ne? Langweilig, wenn man es mal genau nimmt. Äh, komm, die Tree Tab können wir ja auch mit reinschmeißen. Ist ja auch in gewisser Weise ein Werkzeug. So, die Kiste müsste doch jetzt eigentlich leer sein. Ja. Zack, zack. Dann laufen wir da wieder hin. Da sind noch so komische Dinge. Eine Pressure Plate. Wooden Slap. Die und die. Dann würde ich doch jetzt sagen, wir machen uns mal eine Kiste mit den Zapplings. Wenn ich die nicht schon habe. Essen und Seeds. Pipes. Zinn. Ne. Blümchen. Warum schmeißen wir eigentlich die Zapplings nicht zu den Blümchen? Da hätten wir eigentlich noch Platz, wenn ich es mal genau nehme. Bräuchten wir nicht extra eine neue Kiste anfangen. Dann muss aber dieses Schild wieder weg. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Nö, doch nicht. Dann haben wir hier Blümchen und Zapplings. Dann. Okay. Dann hätten wir das Zeug schon mal los. Wieso habe ich noch keinen Platz für Uran? Ich sollte vielleicht auch die Zapplings da unten mit reinschmeißen. Dass ich mal wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Zack, zack, zack. Aber ich denke, diese Folge werden wir auf alle Fälle fertig. Äh. Lass mich mal hier zu dem Monster teilen. Und zack. Und eigentlich könnte ich zumindest die Fackeln hier reinschmeißen. Äh. Die Blümchen hier rausnehmen. Glowstone. Haben wir schon irgendwie. Warum mache ich es eigentlich nicht so, dass ich sage, ich nehme das hier. Setze die beiden. Und mache die einfach kaputt. Dann kann ich nämlich auch sagen, der Glowstone, das kann hier einsortiert werden. Normalerweise müssten wir doch für Uran auch schon was haben. Blümchen. Magma Cream. Habe ich da schon irgendwie einsortiert? Das ist ja auch von einem Monster. Es ist natürlich klar, dass ich keinen Platz mehr habe. Aber. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn mir irgendwo der Platz ausgehen sollte. Ich packe das jetzt einmal mal so mit rein. Die Magma Cream. Äh. Lasse ich einfach quasi von hier noch eine Pipe runter gehen. Direkt von oben in die Kiste. Das sieht zwar dann wirklich nicht schön aus. Aber das verkleide ich dann einfach mit unseren schönen Coverdingern. Das soll jetzt nicht das Problem sein. So. Das hier. Für das haben wir noch Platz. Okay. Die Sachen packen wir mal wieder in die Kiste da hinten. Das ist so. So eine Art. Ich nenne es jetzt mal Bauutensilien. Irgendwie so. Habe ich da nicht noch irgendwas gehabt? Und diese Iron Nuggets. Oh Gott. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Ja da. Das Wasserkraftwerk arbeitet im Moment nicht mehr wirklich. Halt. Ich habe doch noch die ganzen Dinge in der Hand. Hier und hier. Das ist die Wolle. Dann den Furnace können wir hier hinten in die Kiste mit reinschmeißen. Genauso wie das Feuerzeug. Eigentlich die Sells auch. Ich glaube ich mache dann wirklich auch mal eine Diamantkiste hin. Aber erst wenn das Ding hier voll ist. Genauso wie die Redstone Fackel. Ja. Und es wird schon wieder Nacht. Es war mir irgendwo so klar. Jetzt habe ich doch erst kurz bevor ich das Aufnehmen angefangen habe. Timeset 0 gemacht. Naja. Okay. Wir gehen mal pennen. Und eine größere Kaktus Farm bräuchte ich eigentlich auch noch. Eine gute Nacht wünsche ich. So. Muss man nur kurz hier so ein bisschen an meinem Mischpult rumfriemeln. So. Jetzt passt es. Wir sind bald fertig. Wir sind bald fertig. Genauso wie den EU-Güder. Den kann ich auch in die Werkzeugkiste packen. Monster sind keine da. Das ist gut. Das ist schön. Denn ich kann sie einfach nicht leiden. Ich kann sie nicht brauchen. So. Der EU-Reader muss hier noch rein. Tür. Eine Tür. Naja. Was mache ich mit der Tür? Eine gute Frage. Weil ich es gerade sehe. Moment mal. Das eine Glas kann ich doch auch hier mit reinschmeißen. Oder? Das sollte kein Problem sein. So. Was haben wir denn hier noch? Stone. Stone Stairs. Sand. Und hier? Ähm. Ja. Ich würde sagen. Ich packe das Zeug jetzt da mal alles. Okay. Ich glaube das Uran kommt hier hinten. Ich habe noch keine Eier und Federn einsortiert. Aha. Sehr interessant. So. Was packen wir denn hier rein? Äh. Moment. Wir hatten doch hier noch irgendwo Kabel und Isolierungskiste 2. Das heißt das Red Alloy kommt hier mit rein. Denn. Dafür brauchen wir das Zeug ja. Und halt. Moment. Vergessen. Gleich mal hier diese äh. Schönen Laternen. Okay. Was könnten wir denn hier reinschmeißen? Ähm. Wisst ihr was ich jetzt mache? Ich lasse das jetzt mal alles einsortieren. Und alles was am Schluss da hinten rauskommt. Das dürfte nicht mehr viel sein. Da weiß ich dann wirklich auch zu 100% dass das hier nicht hingehört. Zack. Genauso wie das Hühnchen, das Holz, Leder. So. Okay. Und äh. Ich habe eindeutig zu viele Diamond Chests gemacht. So. Was hätten wir denn hier noch drin? Was wir nicht brauchen? Pfeile. Der Sand kann hier raus. Goldpipe. Ach die Goldpipes. Genau. Das wollte ich auch noch machen. Ähm. Das lasse ich mal hier. Die ganze Erde. Das hier. Boah. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Ja. So ein bisschen Holz kann man immer brauchen. Das hier raus. Block of Diamonds. Mhm. Weiße Lampe. We find Iron. Batterien. World Anchor. Ja. Den World Anchor. Ja. Ich kann den auch mal rausschmeißen. Zack. Das hier. Und da ist das Inventar auch schon wieder voll. Eigentlich. Alles. Moment. Das möchte ich behalten. Ansonsten würde ich ja fast sagen. Wir packen die Glowstone Blöcke. Dann hätte ich die vorhin gar nicht kaputt machen müssen. Packen die auch zum Glowstone mit rein. Eimer. Automatic Crafting Table. Ja. Was mache ich denn mit denen? Ich kann sie eigentlich in den Müll schmeißen. Goldbarren, Pistons, Redstone Torches. So. Äh. Hallo? Geht doch. So. Die Kiste noch voll machen. Als nächstes holen wir uns gleich mal ein paar Gold Pipes. Äh. Und die Redstone Fackeln kann ich mir doch eigentlich mal kurz behalten. So. Wir brauchen zum einen. Wo ist denn eigentlich meine Diamantspitzhacke? Ich hatte doch mal eine Diamantspitzhacke, oder? Ist die irgendwo auf mysteriöse, mysteriöse Weise abhandengekommen? Sieht mir irgendwie fast so aus. So. Ähm. 10 Diamanten Pipes. Nehmen wir uns die mal raus. So. So. Das heißt eigentlich, wir müssten hier schon irgendwo eine Diamond Pipe hinsetzen. Wie habe ich denn das da eigentlich gemacht? Eins davor. Na dann komm mal her. So. Patsch. Und natürlich auch eine Redstone Fackel dahinter. Dann müsste das klappen. Aha. Ja, das ist hier wirklich faszinierend am Server. Ja, damit. Die nächste Pipe. Onpowern. Und dann würde ich doch fast sagen, wir setzen hier eine hin. Da wird das Zeug nämlich schon wieder schön langsamer. Also. Sieht zumindest so aus. Und eine Redstone Fackel hier. Und dann würde ich doch fast sagen, Moment mal, hier haben wir die Erze. Die Erze sollten eigentlich da rein, oder? Ähm. Blau. Das finde ich jetzt nicht nett. Gar nicht. Möchtet ihr mir gerade irgendwo nicht gefallen? Nö. Warum habe ich die Kiste denn offen gelassen? Sagen wir mal raus mit dem Zeug hier. So. Äh. Ah ja, ging. Ging. Dachte jetzt schon, ich brauchte eine Diamantspitze. Sag ich mich. Ich würde echt interessieren, wo die hingekommen ist. So. Diamond Chests. Genauso wie das Zeug hier. Und die Eier. So, was ich mal machen kann. Ich kann mal der Query hier ein bisschen unter die Arme greifen. Denn ich glaube, irgendwie hat die so ein bisschen Probleme. Wir werden den Cobblestone mal schön hier reinschmeißen. Ist zwar eigentlich unnötig, aber... Ja, ne? Warum nicht? Dann holen wir noch den Rest. Was hier Sand ankommt, das ist Wahnsinn, ne? So, dann gleich mal hier das Eisenerz mit reinschmeißen. So. Das können wir auch noch hier einsortieren lassen. Okay, so. Und jetzt mal wieder mein Inventar hier auf Vordermann bringen. Das heißt, ich brauch hier ne Schaufel. Ich brauch hier ne Axt. Ich hab kein Schwert mehr. Was? Hab ich das hier irgendwie... Wo hat mir ich das Zeug hin? Ach, da ist ja auch noch so viel Zeug drin. Ach, guck mal an. Da war ja was. Hab ich das Zeug anscheinend hier reingepackt. Weil sonst mein Inventar wahrscheinlich zu voll gewesen wäre. Ach, die HAU brauche ich doch nicht. Das heißt, wir werden zum einen das hier reinpacken. Genauso wie das hier. Und jetzt passt das wieder. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich möchte hier eigentlich ungern gerade irgendwas einsortieren. Was heißt einsortieren? Verschönern. Ich würde mir da eigentlich gerne das bauen, was ich schon vorhatte. Dafür gehe ich jetzt mal auf die Suche nach ganz viel Holz. Wo gehen wir denn am besten hin? Dschungel? Eigentlich ist das Holz ja wurscht. So, die Quarry arbeitet auch immer noch. Das ist schön. Aber ich glaube, allzu lang macht es die auch nicht mehr. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz oben in den Dschungelbaum und werden den von oben abholzen. So, äh, wo, wo, wo sind hier die vier Stämme? Also, zwei habe ich schon mal gefunden. So, hier. Ach ja, ich habe ein Achievement bekommen. Getting Wood. Das ist ja was ganz Neues, ne? Ich vermisse meinen Timber-Mod. Irgendwie so ein bisschen vermisse ich den. Ich möchte aber auch jetzt hier nicht am Server rumspielen, ne? Äh, denn hier läuft ja unsere Tech-E-Ziedlung auch drauf. Das wäre dann doch nicht ganz so schön, wenn da irgendwas kaputt gehen würde. Weil, klar, normalerweise geht nichts kaputt, wenn man den Mod drauf schmeißt. Aber ich habe halt auch keine Lust, den Server hier neu zu machen. Geschweige denn, dass vielleicht irgendwie wo was nicht mehr so ist, wie es war. Ich habe zwar auch Backups drinnen, aber... Nee, lieber nicht. Äh, wieso geht hier auch noch ein Stamm runter? Muss ich jetzt wieder alles weg machen? Da auch. Genauso wie da. Wirst. Es wird schon wieder Nacht. Warum gehe ich eigentlich immer zu den unpassendsten Zeiten irgendwo hin? Habe ich auch noch was gesehen. Und hier auch. Böser Baum. Ganz böser Baum. Ja, den Baum nehme ich jetzt aber noch schnell mit, bevor ich pennen gehe. So. Und den nächsten Baum werde ich ein bisschen anders fällen. Zack, 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 zack. Mal alles mit einsammeln. Ich glaube aber auch irgendwie noch nicht, dass das reicht. So. Dann geht's... Mein Chatpack ist leer. Ach, nö, oder? Ein schlechter Scherz. Ähm, ja. Ja, auch den Blaze-Design-Chatpack kann mal leer werden. Dummdi-dum. Jetzt bleibe ich hier an den komischen Strips hängen. Zack. Einmal nach oben und schlafen legen. Ich habe da irgendwas gehört, was sich gerade die Beine gebrochen hat. Es war aber... Und jetzt.